Youngster Lindenmeiner und Ilas Bebu haben die Teilfahrt von Hannover 96 vorerst gestoppt und den VfL Wolfsburg in die Krise gezogen. Der erst 19-jährige Main A 31. Chance die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter ausgerechnet im Duell mit dem ungeliebten Nachbarn auf die Siegerstraße zum ersehnten zweiten Saisonerfolg. Zudem nahm Hannover durch das 2 zu 1 1 zu 0 erfolgreich Revanche für das aus im DFB-Pokal gegen die Wölfe vor zehn Tagen an selber Stelle. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Main A traf nach einer schnellen Kombination sehenswert per Volley-Abnahme zu seinem ersten Bundesliga-Treffer. 31. Bebu erhöhte dann per V-Lelfmeter. 63. Trotz des Sieges bleibt 96 Tabellen minus 16. Die Niedersachsen haben aber trotz großer Verletzungssorgen zumindest vorübergehend den Anschluss an den 1. FC Nürnberg auf Rang 15 geschafft. Wolfsburg, für die WUW Cross 82., noch per Foul-Elfmeter-Traf, musste hingegen den nächsten empfindlichen Rückschlag wegstecken. Das Team von Bruno Labbadia hat nach einem guten Saisonstart nur noch eins der letzten neun Bundesliga-Spiele gewonnen, vier der letzten fünf Partien gingen dabei sogar verloren. Der Werksklub ist längst wieder in der grauen Tabellentristesse angekommen, auch weil Michael Esser im Tor von Hannover einen glänzenden Tag erwischte. Vor 35.800 Zuschauern veränderte Breitenreiter, der unter anderem auf Niklas Füllkrug, Knieprobleme, Oliver Sock, private Gründe, Takuma Asano, Zerrung und Firmin Schwedler, Fuß verzichten musste, sein Team im Vergleich zum 1 zu 3 bei Schalke 04 auf 5 Positionen. Und die Neuerungen zeigten zunächst Wirkung, die Hausherren erwischten den besseren Start. Hannover suchte über die flinken Außen-Noah-Saren-Ren-Basee und Maina immer wieder den schnellen Weg nach vorne. In der 24. Minute hatte dann Bebo auch die erste richtig gute Möglichkeit. Hannover hat teilweise Glück gerade als die Wölfe etwas besser wurden, stach Maina dann eiskalt zu. Der erst 19-Jährige krönte seine starke Vorstellung mit einem wunderbaren Treffer. Nur vier Minuten später hätte Bebo auf 2 zu 0 erhöhen müssen, doch Kuhn-Kastels reagierte blendend, 35. 96 hatte zuvor aber auch Glück, dass Schiedsrichter Marco Fritz einen vermeintlichen Treffer von Junos Mali nach einem Videobeweis nicht gab. 18. Jannik Gerhard hatte zuvor den Ball mit der Hand gespielt. Mit zunehmender Spieldauer erhöhte Wolfsburg dann immer mehr den Druck. Allein kurz nach der Pause musste 96 Torwart Esser quasi im Minutentakt gegen Maximilian Arnold, 51., Jerome Roussillon, 53., und Josip Brecalo, 55., retten. Mitten in diese Drangphase hinein, konterte Hannover, William konnte Marvin Bacalorz im Strafraum nur faulen und Bebo behielt bei dem fälligen Elfmeter die Nerven. Auch Weghorst zeigte sich in der Schlussphase vom Punkt treffsicher. Zuvor hatte der eine wechselte Miko Albonis den Wolfsburger Gerhard zu Fall gebracht.